ich weiß gar nicht ob wir auch rio in mission bekommen dürfen wir eigentlich aber wer weiß da schon sehr gut ach verdammte axt je mehr tugend desto besser was war das denn jetzt reden wir schon pro begegnen 300 tugend das ist krass jetzt kommt hier auch auf die gegner an zu können zu können tun na 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 und Tugend, 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 ja. Das ist schon krassig für Tugend, wir kriegen. Oh, das ist schon krassig. Oh, das ist schon wieder. Oh, das ist schon krassig. You can see if you want to shoot it! aber wenn man jetzt schon fast jeden spot auf der karte entdeckt was er weiter hintet das wird langsam zum ende kommen das sind eine menge reich doch natürlich fast schon meine liegen lassen gut dass ich noch mal geguckt habe jetzt sind wir schon wieder tausend tugendreicher ok oder kannst du einfach reingeschmissen ein bisschen ungewohnt 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 Das war's für heute. Das ist so! Ich werde es mit einem Schrauben verletzen! Ich verstehe. Aber... Ich habe es dafür, dass sie die Kraft haben. Ach so... Ich habe es nicht mit einem Schrauben verletzen. Ich werde die Kraft für die Kraft haben. Ich werde noch ein bisschen warten. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Der traut dir nicht. Und ich auch nicht. Ich bin nicht mehr losgezogen. Ich bin nicht mehr losgezogen. Ich bin nicht mehr losgezogen. Was ist das? Ich hoffe, er schenkt sie mir und werde dich traden. Okay, gut, er schenkt sie mir. Das ist sehr nett. Wie der komische Trader in Oshimaru versteckt. Cool, eine 1 zu 1 Kopie von früher. Ein Savepoint mit einem Level. Das habe ich aber lange nicht mehr gesehen. Dreierschuriken oder Feuerkunal. Warum kann man eigentlich nur eins ausgerüstet haben? Ist schon ein bisschen Schmutz. Was hier ein Speicherpunkt ist, heißt hier ist ein gnadenloser Bossfight auf dem Weg. Da bin ich ja mal gespannt, wie gnadenlos ist dieser Bossfight. Was ist das? Das war's nicht so gut, Junge. Ja, du hast du in der Begründung gewonnen? Ja, du bist so ein Mann, du bist nur ich. Ja, du bist hier. So! Ich kriege ein paar... ...Soco Peanuts. Ich hoffe, es stört euch nicht. Lass uns den Reisen mal dazugeben. Ich muss den Reisen nicht wegwerfen. Ich muss ihn wieder dazugeben. Genau, ich muss den Reisen hinzumachen und place dich vorbei! wie viele was was für eine transition alle viele die gehen aber auch nicht dauernd na komm die sind schon gut sterben die auch mal das ist ja schlimm das sind definitiv so passagen da brauche ich wirklich kubi mode kurama mode ich hoffe das wiederholt sich jetzt nicht aber sie ist auch nachher so machen die das das macht aber schon gut da muss ich mich doch heilen dann ist es dauern sehr gut ja ist nicht easy gibt aber gut tugend ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, Schro! 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 Ich bin sofort! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Das war's für heute. Wir sind mit Sakurachan und Gamera! Und dann auf den anderen einprügeln. Hilfe. Oh, das wollte ich gar nicht. 1 zu 4 benutzt. Egal. Einer down. Nö. Ja. Sehr gut. 2.300 Tugend. Das ist stark. Also klar. Mann. Der ist mit Zunahmen Feuer dran. Das wollte ich nicht so. Oh. Oh. Es war wirklich nicht so. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020